Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freund des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und ich habe euch heute etwas mitgebracht. Aber ich möchte gerne erstmal erklären, warum ich euch das mitgebracht habe. Denn ich habe ja hier ein Video über die Hot Wheels gemacht. Und da wollte ich ja mit euch in die Kommentare drüber quatschen, was ihr davon haltet. Mit den meisten von euch habe ich da auch ein gutes Gespräch geführt. Und die Meinungen gehen da weit auseinander. Aber ihr habt sie alle richtig gut begründet. Und ich glaube da hatten beide Seiten Spaß dran. Nun gab es aber auch einen Kommentar, der behauptet hat, das Ganze wäre ja super innovativ. Und ich soll doch mal etwas Vergleichbares zeigen. Leider hat er an seinem Kommentar es aber auch nicht geschafft, ohne Beleidigungen auszukommen. Ich weiß nicht warum, man kann ja ganz normal über solche Themen sprechen. Ich meine, ich gebe da nichts drauf. Solche Menschen gibt es eben immer wieder. Deshalb habe ich aber den Kommentar gelöscht. Aber ich habe gedacht, ich möchte trotzdem mal darauf eingehen. Und habe euch deshalb zwei Sachen mitgebracht. Und zwar einmal die Lego Creator 31055 und die Lego Racers 6844. Dieses Lego Creator Set ist von 2017. Hat um die 70 Teile. Und ist eben auch ein kleiner Rennwagen, aber mit 3 in 1 Feature. Man kann ihn auch zum Truck und einem anderen Fahrzeug umbauen. Und dieser Lego Racer ist nochmal um einiges älter. Der hat die Street Maniac Garage Lizenz und ist von 2005. Diesen Lego Creator Wagen bekommt man momentan für knapp 5 Euro inklusive Versand gebraucht. Bei dem hier muss man 5 bis 6 Euro inklusive Versand einplanen. Aber das Wichtige sind ja nicht die Verpackungen. Sondern viel wichtiger ist natürlich der Inhalt. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Set an, was meiner Meinung nach am nächsten an die Hot Wheels kommt. Und zwar diesen Lego Racer. Das ist ein kleines, sehr einfach gebautes Fahrzeug. Aber wir verwenden hier eigentlich nur Standardteile. Es sind keine besonderen Formteile im Einsatz. Und wir haben trotzdem so eine Hot Wheels Optik. Wenn man davon sprechen kann im Klemmbausteinbereich. Ich finde, der sieht auch auf den ersten Blick richtig gut aus. Dafür, dass er auch aus sehr wenigen Teilen besteht. Die Felgen gefallen mir sehr, sehr gut. Und was mich an dem stört, das sind halt hier alle Sticker. Teilweise auch Sticker über mehrere Steine geklebt. Und wir haben keinen einzigen Print dran. Klar, bei Lego aus dieser Zeit weiß man, dass keine Prints dabei sind. Aber das ist doch für so ein kleines Set schon eine große Sticker-Flut. Aber ich finde, optisch passen sich die Sticker farblich vor allen Dingen richtig, richtig gut an. Und deshalb sieht das Fahrzeug am Ende eben auch gut aus. Dazu haben wir hier so eine kleine, kompakte Auffaltanleitung. Die könnte qualitativ ein bisschen hochwertiger sein. Es ist eben ein sehr, sehr dünnes Papier. Und sie hat natürlich auch schon ein paar Jahre mitgemacht. Trotzdem, nach der Anleitung hat es sich sehr gut bauen lassen. Ist natürlich bei so einem kleinen Set alles super erklärt. Und auch super einfach zu bauen. Wichtig bei einem Hot Wheels für mich ist, dass er gut rollt. Und das tut dieses Fahrzeug auf jeden Fall auch. Wir haben kaum einen Widerstand. Und damit kann man also richtig gut spielen. Und dann haben wir noch die etwas neuere Interpretation. Kommt meines Erachtens weniger an ein Hot Wheels ran. Ist aber größenmäßig sehr ähnlich. Wir haben hier eine klammergebundene Anleitung. Und die ist so, wie wir das von Lego gewohnt sind. 2017 ist ja auch nicht allzu lang her. Wir haben 45 Seiten, auf denen gebaut wird. Und hier habe ich noch einmal die Teileliste für euch. Ihr könnt euch das Video gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Cool ist natürlich, wie gesagt, das ist ein 3-in-1-Set. Wir können es gestalten, wie wir wollen. Und dadurch, dass es reine Klemmbausteine sind, können wir es auch gestalten, wie wir wollen, unabhängig von dieser Anleitung. Wir können hier jede Farbe und jedes Teil ändern, worauf wir Bock haben. Wenn das vielleicht schwarz sein soll, ja dann machen wir es halt. Oder wenn es komplett rot sein soll, ja dann machen wir es halt. Und das ist der Grundgedanke von Lego, der so viel Spaß macht. Optisch sieht man dem Auto natürlich seine kleine Teileanzahl an. Die Felgen finde ich nicht so cool, wie beim Street Maniac Racer. Aber auch das Fahrzeug, finde ich, hat etwas. Es ist eben auch aus Standardteilen gebaut. Hier sind keine großen Formteile verwendet worden. Und auch das macht was her. Und spiegelt eben für mich den Gedanken von Klemmbausteinen wieder. Was ich ganz cool finde, wir können dieses Fahrzeug auch unterteilen, denn das ist hier mit Achsen festgemacht. Wir können die Front abnehmen, ist mit einer Achse festgemacht. Und wir können das Heck abnehmen, ist auch an der Achse festgemacht. Und haben dann den Mittelteil einzeln. Finde ich sehr cool und das sind für mich Klemmbausteine. Auch wenn hier optisch ein richtiger Hot Wheel oder eben auch der Maniac Street Racer wahrscheinlich mehr überzeugt. Und wie gesagt wichtig, auch der rollt super. Und hier haben wir die zwei Autos, die meiner Meinung nach zeigen, dass das alles nicht so innovativ ist, wie man denkt. Und auch meiner Meinung nach damit die zwei Autos, die zeigen, dass ich persönlich die Hot Wheels mit Klemmbausteinaufbau nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber das Schöne ist, es kann sich ja jeder kaufen, was er will und worauf er Lust hat. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch von den beiden mehr gefallen hat. Ob jetzt der alte Racer oder der gute, mittelalte Lego Creator Rennwagen. Von mir gibt es auf jeden Fall für beide, wenn ihr es für einen guten Preis gebraucht bekommen solltet, eine Kaufempfehlung. Wenn ihr noch weitere Sets kennt, die so in diese Größenordnung Hot Wheel reinspielen, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Besonders wenn es nicht unbedingt von Lego ist. Da bin ich sehr gespannt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Heute geht's auf jeden Fall. Tschüss. Musik 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 Musik